Hallihallo und willkommen zurück bei Mario Kart DS. Heute wird es richtig speziell, denn Yoshi startet heute im Spezialkub. Wario Arena, Peach, Flossgarten, Bowsersfestung und Regenbogenboulevard. Besser wird es eigentlich nicht. Der Cup ist wirklich ziemlich hervorragend. Und wir fangen an mit Wario Arena, die auch eine andere Musik hat. Ich bin einfach grundsätzlich verwirrt über die Intro-Musiken. Haben die irgendein Konzept? Gibt es da ein Konzept dabei? Ich weiß es nicht genau. Ach ja, der gute alte Yoshi mit dem i1 war damals, das war glaube ich nicht in dieser Kombination, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber Yoshi war damals mein Main in Mario Kart DS. Auch in Mario Kart Wii noch danach nicht mehr. Aber Yoshi und ich, wir sind unglaublich viel über diese Strecken gerast. Mit dem i1 auch sehr viel, das weiß ich noch. Aber auch mit anderen Charakteren, sage ich schon. Anderen Fahrzeugen. Haben wir ja schon vorhin gesprochen, dass man ja auch später mit jedem Fahrzeug jeden Charakter ausstatten kann. Ich kann heute nicht reden, ihr wisst aber, was ich meine. Also ich weiß nicht, welches Kart da mein Favorit war. So von den ganzen, die es gab. Ich glaube, es gab insgesamt irgendwie... Gab es 30 Stück oder so? 32 Stück? Es waren irgendwie sehr, sehr viele. Man könnte es jetzt berechnen, ne? Ich weiß gerade nicht, wie viele Charaktere es gab. Aber das halt mal drei. Ich weiß es gerade nicht mehr. Waren es vielleicht eher so 36, ne? Anyway. Wario Arena, erste Runde lief jetzt eher bescheiden. Aber ich bin mir sicher, das wird noch was. Im letzten Part waren ja Yoshi und Toad unsere stärksten... Alter, unsere stärksten Widersacher. Und das ist ein bisschen tricky, weil es zwischen den verschiedenen Handlings hinterher zu wechseln, weil dieses Kart hat eine relativ direkte Steuerung im Gegensatz zu Peachs Königskarre, oder wie das Ding hieß, die wir im letzten Part gesehen haben. Die war bedeutend, ja, undirekter. Indirekter. Ich überspringe aber alles, ist mir egal. Luigi hat eine Red Shell, die wird dann nach hinten abschießen, weil die Comms arbeiten in dem Spiel... Ja gut, jetzt hat er natürlich nach vorne abgeschossen. Aber normalerweise arbeiten die Comms im Spiel gegen den Spieler. Das ist so eine Sache, die mir auch früher schon aufgefallen ist. Wenn jetzt Luigi auf dem zweiten gewesen wäre und Donkey Kong auf dem ersten und ich auf dem dritten, hätte er nicht Donkey Kong abgeschossen, sondern er hätte die Rotschellen nach hinten geworfen. Das machen die hier so. Die sind verbündet gegen den Spieler. Das ist frech, aber irgendwo nachvollziehbar. So was passiert ja in den heutigen Mario Karts nicht mehr. Finde ich ehrlich gesagt aber auch besser so, weil es ist ein bisschen unfair. Gerade in so Rennen, wo es dann doch ein bisschen knapp wird, haben wir im letzten Part ja auch gesehen. Kann man es dann nicht unbedingt gebrauchen, wenn sie auch noch die Comms gegen einen verbünden. Und das macht doch irgendwie keinen Sinn, weil, jetzt mal rein von der Logik her, fahren die hier ja auch mit, um den Cup zu gewinnen. Und nicht um einen bestimmten Mitfahrer zu zerstören. Ich weiß nicht, wie das so bei der Formel 1 zum Beispiel ist, ob man sich da gegenseitig zerstört, nur damit der eine nicht gewinnt. Keine Ahnung. Ah, die Rotschell wieder. Aber wir haben einen guten Vorsprung gerade. Ah, wobei. Touchscreen, Vorsicht. Der geht vorbei, aber egal. Erster Platz. Das höre ich doch gerne. Ach, das Bild von Yoshi, ne? Gott, oh Gott, habe ich das oft gesehen. Wunderschön. Auch schön, dass die ganzen Charaktere in Caps Lock geschrieben werden auf dem Touchscreen. Das ist auch irgendwie süß. Ich weiß nicht. Er spielt irgendwie so süß. Es ist so niedlich und so knuffig. Peaches Schlossgarten hat immerhin knuffige Kettenhunde. Der Name ist ein bisschen uffig. Peaches Schlossgarten. Muss man echt ein bisschen sich konzentrieren beim Reden? Aber die Strecke kann man sehr gut fahren, wie ich finde. Die gibt es ja auch in Mario Kart. Hui. Alter, wie sich das Ei aufgebläht hat. Habt ihr das gesehen? Ich fahre erstmal gegen die Hecke. Gib mir mal einen Pilz, bitte. Das ist kein Pilz. Ich fahre hier trotzdem. Ach, guck mal. Das habe ich ganz vergessen. Ich bin so MK8 gewöhnt. Oder MK8 Deluxe besser gesagt. Hier in dem Spiel kann man mit dem Geist auch einfach über Sachen drüber fahren. Man kann einfach über das Offroad und so weiter durchfahren. Stimmt. Das ist hier ja anders gelöst als in den neueren Teilen. Wo man da ja im Gras dann stecken bleiben würde. Hier kann man einfach drüber fahren. Stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Das lief hier damals noch ein bisschen anders. Der Bums. Gut zu wissen. Muss ich mir mal merken. Wir hatten auch schon mal irgendwann einen Geist. Und den habe ich dann einfach nicht so gut eingesetzt. Aber immerhin. Besser spät als nie gewusst. Ach ja. Und die Musik ist einfach total chillig. Ich mag die jetzt so. Die klingt irgendwie. Finde ich nicht wirklich nach Peach. Aber sie klingt nach Schlossgarten. Ich weiß auch nicht. Ich finde sie passt. Hier auch die Ketten unten in dem Labyrinth. Einfach sehr, sehr ikonisch alles. Und ich meine die Strecke dadurch, dass man sie auch in der Wii Version gespielt hat, ist sie ja auch altbekannt. Ebenso wie die Monty Mall-Würfe und blauer Panzer. Hi, na? Da habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, dass blaue Panzer gemeinsam mit irgendeinem anderen Item, Fakebox war es glaube ich, genau, die einzigen 3D-Modelle sind für Items. Und ja, das ist mir zwar irgendwie bewusst gewesen, aber noch nicht so aufgefallen. Weil das ist ein 3D-Modell, das sieht man. Vor allem wenn es dann da liegt. Aber die Blauschel, die Blauschel, Alter. Der Bausparvertrag. Nein, die Bluschel ist natürlich auch 3D. Weil sie ja fliegt und sich dann wendet. Und es klingt vielleicht ein bisschen nach Selbsthass, aber ich mag es, wie die Bluschel so kreist, bevor sie einschlägt. Es sieht irgendwie super cool aus. Die wirkt immer so super erhaben in diesem Spiel. Mehr noch als in den anderen Spielen. Ich weiß auch nicht. Oder ich habe gerade die Nostalgie-Brille auf. Das ist durchaus möglich. So, läuft doch. Ratatru. Ach man, das ist so süß alles. Auch der Mario da, der aus der Hecke geschnitten wurde. Ist das schön. Ich bin immer noch nach wie vor sehr, sehr happy über dieses Spiel, das ich spielen kann. Bausers Festung. Das ist so eine Strecke, wo ich mich sehr aufs Remake freue. Weil ich die einfach super cool finde. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag die Musik. Ich mag den Streckenverlauf. Sie ist ein bisschen experimenteller. Was ich cool finde. Also sie hat drei Aspekte an der Strecke, die sehr experimentell sind. Die man sonst so nicht sieht. Weder hier im Spiel noch in anderen. Bausers. Kann ich bitte. Bausers Festungen, wollte ich sagen. Und zwar zum einen mal dieses runde, sich drehende Ding hier. Hier gibt es eine Abkürzung. Ja, dazu muss ich mir noch eine Geschichte erzählen. Aber das mache ich gleich. Vorsicht vor der Scheiße. Erzähle ich euch einfach die Geschichte jetzt. Damals habe ich mit einem guten Kumpel, das war noch zu Grundschulzeiten, mich regelmäßig getroffen und Mario Kart DS mit ihm gespielt. Wir hatten beide einen DS und auch beide. Das Spiel ist ja logisch. Hier die nächste Innovation. Und wir waren vom Skill Level her eigentlich ziemlich gleich auf. Mal war der eine vorne, mal der andere. Auch wegen Item Glück und so weiter. Klar, hier die dritte Innovation. Aber auf dieser Strecke hatte ich immer die Oberhand. Und eines Tages hat er mich gefragt so, yo, wie machst du das? Und dann habe ich ihm von der Abkürzung erzählt. Bei diesem drehenden Karussell da oben halt. Weil die nicht gefunden hat. Und ich kannte. Und das war ein großer Fehler. Weil ab da habe ich glaube ich nicht, oder vielleicht noch ein, zwei Mal, aber dann nicht mehr so oft gewonnen auf der Strecke gegen ihn. Weil ich meinen Vorteil weggegeben habe. Weil die Abkürzung ist für ihn wirklich sehr, sehr stark. Das macht man in der Regel mindestens einen Platz gut. Aua. Und verliert ihr direkt wieder? Was geht hier ab? Oh, wir hätten gerade Luigi runter schubsen können. Wir können auch hier ja natürlich runterfallen oder auch runtergescheiße. Gott. Geschubst werden, wollte ich sagen. Und Luigi tötet sich selbst. Bonk. Ich finde es auch schön, wie hier die, ähm, die bewegenden Plattformen auf dem Touch. Wow. Screen. Korrekt angezeigt werden. Es war ein bisschen ruckelig, aber immerhin. Immerhin. So, da vorne ist Donkey Kong, der scheint unser Widersacher zu sein. Ist mir bisher irgendwie nicht so aufgefallen. Und ich kriege gerade keine sonderlich guten Items für den zweiten Platz. Aber egal. Die Coms kennen die Abkürzung nicht. Von daher werde ich mir jetzt hier die Abkürzung holen und dann mich ein bisschen absetzen. Der Trump ist manchmal ein bisschen gemein. Aber ich hasse mich. Warum kann ich das nicht mehr? Früher war das so easy. Das ist so heftig, ne? Früher bin ich da hochgedriftet wie ein junger Gott. Mittlerweile ist es so, wie macht man das? Alter, bin ich doof. Oh, zum Glück ist es hier passiert. Oh, ist relativ knapp sogar der Sprung, ne? So, jetzt Achtung und schauen, dass Donkey Kong nicht irgendwie... Okay, drei Bananen. Sehr gut. Das meine ich, ne? Dieses taktische immer gucken auf den Touchscreen. Das ist etwas, was ich in dem Spiel immer sehr gerne gemacht habe. Genauso wie das hier. Woo! Bisher läuft es sehr gut. Man merkt es ein bisschen, ne? Yoshi und ich, wir passen zusammen. Wir sind eins. Wir sind eins. ARD. Und jetzt kommen wir zum Ronde Final des Spezialkups. Meine Lieblingsstrecke aus Mario Kart DS. Und mein Lieblings Rainbow Road. Ich bin da einfach so. Das ist auch viel Nostalgie. Aber ich liebe diese Rainbow Road. Und das liegt nicht zuletzt an meiner Meinung nach fantastischen Soundtrack. Und den hören wir uns jetzt mal kurz an. Es ist an sich eine ziemlich basic Rainbow Road, ne? Klar, wir haben die coole Idee mit den Loopings, die wir gleich sehen werden. Die ich auch bis heute sehr, sehr geil finde. Und ich wundere, warum sie das nicht nochmal gemacht haben. Vor allem in der MK8 mit der Gravity. Aber ansonsten ist sie verhältnismäßig basic. Aber ich mag das. Ich mag das. Hier die Loopings. Hier kann man auch so komisch rumdriften und sich so hochglitschen und so ein Kram. Das ist eigentlich auch ganz cool. Lass ich jetzt aber mal lieber... Was zur Hölle? Auf einmal sind hier alle. Mal lassen. Hier irgendein Stern, der da fliegt. Hier die Sternringe. Die auch Geräusche machen, wenn man durch die durchfährt. Es ist einfach... Es ist einfach so cool. Ich mag die einfach. Und ich freue mich so auf den Tag, an dem das Ding geremaktet wird. Ich habe mir irgendwann berechnet, dass es Mario Kart 11 sein müsste. Oder MK8 hat er die N64. MK9 hat die von Super Circuit. MK10 hat die von Double Dash. Und MK11 die von DS. Genau. Also Mario Kart 11 kommt dann hoffentlich irgendwann raus mit dem Remake dieser Strecke. Und hoffentlich fahre ich dann ein bisschen besser als hier. Wobei das gerade auch ein bisschen pech war. Also die Strecke hatte eine gewisse Inspiration. Gerade hier diese Spirale. Eine gewisse Inspiration von Double Dash. Die man nicht von Hand weisen kann. Aber ich finde, das ist in Ordnung. Und sie ist halt auch noch ein Regenbogen. Sie ist einfach ein klassischer Regenbogen. Der letzte klassische Regenbogen war ja auf der Wii-Version. Danach haben sie ja immer irgendwas anderes damit gemacht. Beziehungsweise, zumindest abschnittsweise, in den MK7 mit dem Mond. Und das hier ist einfach noch so eine klassische. Eine gute alte klassische Rainbow Road. Da macht man nichts falsch mit. Noch eine... Was zur Hölle? Sie ist nicht sonderlich super einfach. Hat er gerade die Blue Shell gedodged mit dem Boost? Das geht? Das wusste ich gar nicht. Oder ich habe es vergessen. Das kann auch sein. Weil ich wusste gerade nicht. Mir war nicht bewusst, dass man durch den Turbo im Looping eine Blue Shell dodgen kann. Das wusste ich gar nicht. Oder ich habe es vergessen. Wie gesagt, ist ja ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und da ich natürlich früher immer Erster war, wurde ich bestimmt auch mal im Looping von einer Blue Shell getroffen. Apropos Looping hier. Wie gesagt, man kann sich hier auch so mit so einem komischen Drift oder mit einem passenden Item-Treffer entweder sich selbst oder den Gegner so rausglitschen. Dann fliegt man irgendwie quer durchs Leben. Das ist eigentlich ganz lustig. Gegen, glaube ich, bei der zweiten... Beim zweiten Looping. Der ist ja eher wie so eine Art Korkens hier. Gegen ist, glaube ich, einfacher mit dem Drift. Aber die Looping sind ja auch ineinander. Sie gucken sich das mal an. Die sind ja ineinander. Das fällt mir jetzt gerade erst so richtig auf. Die sind ja an derselben Stelle und dann winden die sich umeinander. Das ist schon sehr geil. So, und guckt euch mal an. Yoshi und ich, ne? Bestes Team ever. Dream Team. Viermal Erster. Und ich glaube auch, es könnte... Könnten es drei Sterne werden? Ich glaube, das Spiel war relativ hart noch, was das angeht. Ich bin hochgradig gespannt. Ah! Ein Stern? Alter! Okay, das ist tatsächlich relativ hart. Ey. Also zwei hätte ich jetzt schon gesagt. Ein Stern? Ich glaube, ich hätte nicht runterfallen dürfen. Gerade bei Bowsows Festung. Und gegen die Wände fahren die ganze Zeit. Das wird ja auch einberechnet. Na gut. Das soll es aber gewesen sein. Von MarioCutDS. Für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Schaltet euch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir dann mit dem Panzer Cup starten. Bis dahin macht's gut. Euch noch einen schönen Tag. Und haut raus. Ciao. Ciao. Eu brick. Bis zum nächsten Mal. 眼 numero. Und hier. Und hier. Bis zum nächsten Mal. Okay.